Spürst du die herabsetzenden Blicke, die dich klein machen wollen? Fühlst du, wie jedes Wort deiner Ex dir das Gefühl gibt, als Mann ein Versager zu sein? In dieser Folge erfährst du, wie du dich gegen diese nonverbalen Angriffe wehren kannst, deine innere Stärke zurückgewinnst und damit beginnst, alte Verletzungen zu überwinden. Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Lieber Ralf, warum ist es so wichtig, dass wir heute über die Verachtung durch die Eck sprechen? Weißt du, Verachtung ist ja einer der sogenannten apokalyptischen Reiter, also der Vorboten, dass Beziehungen auseinandergehen, dass Beziehungen sozusagen ihren Zenit überschritten haben und auf dem absteigenden Ast sind, wie man so schön sagt. Und weißt du, was das Verrückte ist? Viele wollen das gar nicht so. Manchmal rutschen wir so in eine Verachtungsfalle hinein und uns gar nicht bewusst, dass es eine verachtende Wirkung auf dem anderen hat und führt am Ende dazu, dass die Beziehung noch viel schlimmer wird, als sie gerade noch war. Und deswegen ist es so wichtig, dass du erkennst, an welcher Stelle, wo kann sich Verachtung breit machen und wie kannst du es verhindern, beziehungsweise auch woran erkennst du, dass du da in einen Strudel gerätst, den du so gar nicht wolltest oder sie vielleicht auch nicht, aber wie es da hinkommt. Welche subtilen und kaum greifbaren Formen von Verachtung sind Männern denn häufig durch die Ex ausgesetzt? Was ist das, was du als Mann häufiger mal erlebst? Viele Männer berichten davon, dass sie so eine Art Ignoranz bei ihr feststellen, dass sie über etwas reden, dass sie vielleicht sogar eine Frage stellen, aber irgendwie gar keine richtige Antwort bekommen. So als wären sie gar nicht da. Kommt dir bestimmt bekannt vor, dass du manchmal im selben Raum bist, dass du eine Frage stellst und nichts zurückbekommst. Dass du, ja, egal was du gerade tust oder diesen Eindruck auf jeden Fall hast, egal was du tust, es gibt keine Resonanz darauf. Es wäre egal für dich, ob du da bist oder nicht. Auch das Schweigen in bestimmten Situationen, ein Nicht-Antworten, ist sowas wie eine passive Aggressivität. Manchmal siehst du es auch einen Blick von ihr. So einen Blick von oben nach unten herab. Schon mal erlebt? Ja, dieser Blick. Manchmal auch dieses Augenrollen. Oder das Hochziehen der Ober- oder Einknicken des Mundwinkels auf einer Seite. Wenn du etwas sagst. Da ist nichts gesagt worden von ihr, aber sie hat dir gezeigt, du pass mal auf, was du sagst. Hättest du auch lassen können. Dann gibt es manchmal diese kleinen Spitzen. Ja, ja, der Ingo. Kann musst du nicht so ernst nehmen, was er sagt. Kennst du auch, ne? Musst du nicht so ernst nehmen. Vielleicht sogar noch vor Freunden in der Öffentlichkeit. Ach ja, der ist immer so penibel. Ja, auch das ist schon Verachtung. Für dich fühlt sich das an wie Diskreditieren. Ist vielleicht gar nicht immer so böse gemeint, aber es sind diese kleinen Spitzen, die sich in Verachtung letztendlich auch wieder zeigen. Mit dem kannst du nie pünktlich kommen. Oh, der sieht immer aus wie der letzte Hänger. Merkste? All das sind kleine Aussagen, am besten auch in der Öffentlichkeit, in denen du siehst dann, wie sie dir ganz gerne auch mal so das Stück Verachtung entgegenwirft. Manchmal sogar gar nicht so gemeint, aber gesagt. Wenn wir jetzt so Verachtung bekommen und ich denke, die Beispiele, die du gerade gebracht hast, das hat jeder schon mal in irgendeiner Art und Weise mitbekommen und das ist einmalig, dann können wir es vermutlich gut verkraften. Aber wie wirkt sich denn so langfristige Verachtung durch die Ex auf unser Selbstbild und natürlich dann auch auf zum Beispiel neue Beziehungen aus? Und das ist ganz wichtig. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, Felix. Na, es kann ja mal passieren, ne? Aber wenn es wiederkehrend passiert und jetzt passiert schon, da merkst du schon gerade, es fängt schon beim ersten Mal an. Du akzeptierst schon beim ersten Mal, dass sowas gesagt wird, ach ja, der Ingo, ne? Ach ja, das darfst du nicht so ernst nehmen, was der sagt. Schau mal, und du lässt es heute zu. Du setzt keine Grenze. Du sagst nicht, du, das ist, ne? Das gefällt mir nicht. Das verletzt mich. Damit hast du schon selber, und das muss ich dir mal so sagen, den Ball auf dem Elfmeterpunkt gesetzt. Ja, weil jetzt wird er immer gegengetreten, weil du es nicht gesagt hast. Sie weiß vielleicht sogar gar nicht, dass dich das verletzt. Manche Sachen werden auch manchmal so im Spaß gemacht, haben aber eine riesengroße Wirkung. Und du merkst gerade schon, ne? Solche kleinen Spitzen, vielleicht auch so ein Blick, so ein einknickender Mundwinkel, heißt erstmal nichts anderes, du, da ist jemand nicht ganz mit mir zufrieden. Aber anstatt sich selber größer zu machen, wirst du ein Stück kleiner gemacht. Und du merkst gerade schon, wenn du kleiner gemacht wirst, das ist ja der Ingo, der Stefan, der Christian, ja, die wissen das nicht besser. Du, der hat das nicht besser gelernt. Das baut natürlich enorm gegen dein Selbstwertgefühl. Es untergräbt es maximalst. Und das sind immer wieder eine kleine Schaufel, noch eine Schaufel, noch eine Schaufel. Jedes Mal, wenn das passiert. Und du wirst merken, mit der Zeit, am Anfang ist das noch ganz easy wegzustecken, aber irgendwann sagst du, das nervt, das verletzt immer mehr, immer mehr und immer mehr. Und du fängst an, möglicherweise sogar deine eigenen Werte zurückzufahren. Und es gelingt dir nicht mehr, Grenzen zu setzen. Weil jetzt auf einmal wird es sogar noch, nee, wirkt es auf einmal lächerlich. Also jetzt komm, weißt du, Ingo, ey, ja, du willst mir jetzt nicht wirklich sagen, dass das doof ist. Das haben wir schon immer so gemacht. Kommt dir das bekannt vor? Kennst du das? Nimm mal deinen Vornamen vorneweg. Also das hat dich doch noch nie gestört. Guck mal, schon wieder. Ja, das sind diese kleinen Auswirkungen, ja. Und es wirkt langfristig dahingehend, dass du dich nicht mehr wahrgenommen fühlst, dass du deinen Selbstwert nicht mehr wiedererkennst in der Beziehung. Damit baut es natürlich auch gegen deinen Selbststolz und dein Testosteron, also das, was dich als Mann so ausmacht, ja, was dich so anzieht, wird Stück für Stück abgebaut. Du wirkst nicht mehr so souverän, so klar. Und eure Beziehung ist auf dem absteigenden Ast. Bezügend auf die vorherige Frage stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, was denn die häufigsten Fehler sind, die Männer machen, wenn sie mit einer Verachtung durch die Ex konfrontiert werden. Und was kann man machen, um diese zu vermeiden? Der allergrößte Fehler, den du machen kannst und den die Männer auch machen, ist, sie widersprechen nicht. Und sie stehen nicht zu sich. Und wenn sie es tun, dann mit einer Do-Botschaft. Ja, du bist ja ganz schön frech. Dein Verhalten, das geht gar nicht. Und das ist nicht mehr konstruktiv. Zu sagen, du, das, was du vorhin gesagt hast, das hat mich verletzt und ich möchte das nicht, ist ein ganz anderer Umgang. Das, was da gesagt worden ist, das hat mich verletzt. Das wäre ein deutlich besserer Weg, den Angriff nach außen zu schießen, weil du das gemacht hast, was uns schnell passiert, aus der Emotion heraus, aus der Verletzung heraus, ist aber das, was es immer weiter anschürt. Weil jetzt kommt nämlich, habe ich da gar nicht gemacht. Kennst du auch? Ja, war ja gar nicht so. Nee, 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 das ist ja nur deine Wahrnehmung. Nee, das ist nur deine Wahrnehmung. Und schon bist du in einem Konfliktgespräch eingetaucht, das du so gar nicht haben wolltest. Und deswegen ist eins ganz wichtig, eine bewusste Kommunikation, was den meisten aber in den Momenten schwerfällt. Schau mal, wenn du emotional verletzt bist, sind die meisten Menschen nicht in der Lage, konstruktiv mit anderen Menschen ins Gespräch zu gehen. Da braucht man schon ein Stück Übung für. Geh doch mal in einer Situation, in der du dich verletzt, angegriffen fühlst hin und sagst, du, das hat mich jetzt aber ganz schön verletzt. Geht nicht. Tut mir leid. Können die wenigsten. Das ist aber das, was passiert. Das sind die häufigsten Fehler. Aus der Emotion heraus lospoltern und mit einer Du-Botschaft sofort reagieren und am besten nur reagieren. Das ist nämlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Du reagierst auf das, was passiert ist, statt proaktiv die Dinge mal anzusprechen. Und sagen, du weißt, mir ist mir letztens mal Folgendes aufgefallen und ich wünsche mir, dass wir den besseren Umgang damit finden, dass wir beide respektvoller, liebevoller miteinander umgehen. Das ist das, was am allerhäufigsten passiert. Ja, diese Fehler. Wir reagieren sehr schnell und dann am besten auch emotional. Uns gelingt es nicht, bewusst in eine klare, zielführende Kommunikation zu kommen. Was will ich als Ergebnis haben? Nämlich, dass wir gut miteinander umgehen und die Proaktivität fehlt oft. Proaktiv heißt nicht, ich gehe proaktiv in das Gespräch, sondern oft sind wir nur in der Reaktion, in der Gegenwehr sozusagen und damit ist das Ding immer von hinten aufgezäumt. Aus unserem eigenen Programm, der Beyond Breakup Experience, kennen wir das ja häufig auch von den Männern, die bei uns sind, dass so eine Trennung ja schon viele negative oder belastende Emotionen auslöst und die Männer sich schon schlecht fühlen und in ganz viele verzweifelte Schleifen reinkommen. Und jetzt kommt noch die Verachtung der Ex hinzu. Deswegen, was für spezifische Techniken oder Übungen schlägst du denn vor, die helfen könnten, um sich wirklich von diesen ausgehenden Verachtungen der Ex zu trennen? Zum einen ist eins ganz wichtig, dass du mal wieder merkst oder auch bewusst wirst, was sind denn eigentlich deine Stärken? Wer bist du eigentlich? Was sind die Dinge, die dir wertvoll und wichtig sind? Und das wissen die allerwenigsten. Ich bin mir sicher, dass du es auch nicht genau weißt. Was sind eigentlich deine Werte? Wie soll deine Beziehung sich für dich gestalten? Weil nur wenn du das weißt, wie Beziehung für dich sein soll, wie du dich fühlen möchtest, wie ihr miteinander umgehen wollt, kannst du auch erkennen und frühzeitig erkennen, ob deine Werte getroffen werden, ob ihr auf Augenhöhe miteinander kommuniziert oder ob es dann möglicherweise sogar schon diese kleinen, verachtenden Momente in eurer Beziehung gibt. Und wenn es dir bewusster wird, dass das nicht so funktioniert, dass es nicht in die richtige Richtung geht, dass deine Werte verletzt sind, dass du vielleicht als Person dich angegriffen fühlst, erst dann kannst du natürlich auch in diesen Momenten oder auch proaktiv ins Gespräch gehen. Das heißt, man nennt das immer so schön Achtsamkeit. Achtsamkeit, was heißt Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, mal die Momente ganz bewusst wahrzunehmen, bewusst im Moment zu sein, auch vielleicht selber zu trainieren, nicht immer in der Abwesenheit unterwegs zu sein, sondern wirklich auch im Hier und Jetzt. Weil nur im Hier und Jetzt kannst du etwas tun. Im Hier und Jetzt kannst du erkennen, ob möglicherweise etwas passiert ist oder nicht. Ob du möglicherweise irgendwo an einer Stelle verachtend verletzt wurdest oder auch nicht. Und wenn das dich gerade interessiert, wie hängt das alles miteinander zusammen? Wie kann das sein? Da hast du, schau mal, wenn du nicht im Moment bist, wenn du nicht Achtsamkeit im Moment bist, dann wird oft was gesagt, was du gar nicht richtig registrierst, aber dein Unbewusstes nimmt es auf. Und dann liegst du irgendwann im Bett oder kommst irgendwo zur Ruhe und dann fällt dir der Abend wieder ein, als sie gesagt hat, ach der Ingo, ja, das dürfte er nicht so ernst nehmen, wenn der Ingo das sagt. Dann fällt dir das wieder auf, weil du nicht in dem Moment so richtig dabei warst. Und das ist etwas, was ganz, ganz oft passiert. Jetzt hast du ja gerade schon von Signalen gesprochen, Signale, wenn die Verachtung kommt. Wie kann man denn lernen, so Signale der Verachtung frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren? Wie kannst du das lernen? Wie kannst du lernen, diese Momente frühzeitig zu erkennen und zu spüren? Wusstest du, dass wir nicht nicht kommunizieren können? Jeder Mensch kommuniziert permanent. Selbst wenn du nichts sagst, sagst du etwas. Das heißt also auch, das, was wir nicht sagen, hat eine Relevanz. Nonverbale Kommunikation. Die Macht, der Gestik, der Mimik. Und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du also in der Lage bist, nonverbale Kommunikation zu schärfen, zu verstehen, was auf der anderen Seite passiert, kannst du viel, viel schneller auch darauf reagieren. Und einen eingezogenen Mundwinkel darauf reagieren zu können. Du, Schatz, ich habe gerade gesehen, du hast einen eingezogenen Mundwinkel, hast ihn so hochgezogen, was ist denn los? Dann signalisierst du, auf der anderen Seite, du, ich verstehe, irgendwas ist gerade innerlich bei dir aktiv. Und das sind die wichtigen Momente. Das heißt also, was kannst du tun, erstmal deine Aufmerksamkeit auch für nonverbale Kommunikation schärfen? Es gibt Untersuchungen mittlerweile, die belegen, dass fast jedes zweite nonverbale, also nicht ausgesprochene Signal für unsere Emotionen, für Verachtung, für Freude, für Ärger, für Traurigkeit, was auch immer es ist, dass jedes zweite dieser Signale entweder nicht erkannt wird oder falsch gedeutet wird. Und kannst du dir jetzt vorstellen, was der Grund für Kommunikationsprobleme ist, wenn wir immer kommunizieren, auch wenn wir nicht reden. und jedes zweite Signal, das das Gesicht deines Gegenübers zeigt, von dir nicht erkannt wird oder falsch interpretiert wird, dann bist du permanent mit 50% Wahrscheinlichkeit in einem Gespräch, in einer Kommunikation, die nicht zielführend ist. Ihr versteht euch nicht. Das heißt, wenn es schon diese Momente gibt, ich schaue auf dich runter, ach, der Ingo schon wieder, ach, ne, ja, komm, der Ingo, der hat immer so einen, der hat einen kleinen Knall manchmal, ja, und du das nicht merkst, dann wird das Ganze noch verstärkt. Was kannst du noch tun? Wie kommst du noch raus? Frühzeitig, frühzeitig solche Signale erkennen und letztendlich auch gut darauf reagieren. Zielgerichtet. Und das, was den meisten Menschen nämlich passiert ist, sie sagen, was ihnen alles nicht gefällt. Mir gefällt nicht, wie du mit mir umgehst, mir gefällt nicht, wie du das sagst, mir gefällt nicht, wie du mich anschaust. Ja, aber wie soll es denn besser sein? Und das fällt den meisten so schwer zu sagen, wie wünsche ich es mir eigentlich? Und dadurch sind wir in diesem Meckermodus und der andere merkt nur, ja, ach, der Ingo, jetzt meckert er auch noch mit mir, weil ich mit ihm rede. Jetzt rede ich ihm nicht deutlich genug. Ach, wenn ich ihn anschaue, der sagt immer, du guckst mich so komisch an, merkst du? Unklarheit sorgt für immer mehr Spannung in der Beziehung. Und deswegen ist das so wichtig, ja, klar kommunizieren, nonverbale Signale schärfen und frühzeitig, proaktiv über Muster reden, was dir auffällt und hinzu, das wünsche ich mir. Ich kann mich daran erinnern, dass du im vorhergehenden Podcast über Vergebung schon über das Thema Grenzen setzen gesprochen hast und jetzt auch, wo es um die Verachtung geht, ist das Thema Grenzen setzen natürlich auch super wichtig. Wie kann man denn effektiv Grenzen setzen, um sich vor weiterer Verachtung zu schützen? Schau mal, das ist so ähnlich, wenn du Kinder hast, dann weißt du auch bei Kindern, gerade in der Pubertät, ja, ist eins ganz wichtig, dich als Autoritätsperson immer wieder neu zu positionieren. Auch deine Position innerhalb der Familie immer wieder neu darzustellen. Und so ist das natürlich auch in der Beziehung. Weißt du, der Übergang von mal ebenso spaßig in die verletzende Verachtung, der ist schleichend. Und das fängt manchmal an mit einem kleinen, ach du Eumel, ja, bis hin irgendwann, ach der Ingo, ach ja, das darfst du nicht so ernst nehmen. Ja, am Anfang ist es so unter euch, so ein kleines Rumgeplänkel und dann potenziert sich das langsam immer weiter hoch. Und deswegen ist es so wichtig, das frühzeitig zu erkennen, darauf zu reagieren. Du darfst hier auch wirklich zu deinen Werten stehen und auch frühzeitig keine Toleranz lassen. Bin ich der Ingo? Nee, ich bin Ingo. Und ich bin nicht der immer. Weißt du, das hat einen Wert für mich, warum ich jetzt das tue. Und wenn du es nicht weißt, ich erkläre es dir gern, weil es mir ein wichtiger Wert ist, ja, Ordnung, Stabilität zu haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und damit setzt du automatische Grenzen. Also ich möchte, dass du nicht so mit mir redest, auch nicht über mich. Ich erwarte, dass wir zueinander stehen, dass wir fair miteinander umgehen, dass wir einander respektieren, auch in der Öffentlichkeit. Es gibt einen Grundsatz, der heißt, dass die Partnerschaft, dass wir in der Partnerschaft immer die höchste Bedeutung haben sollte. Wir gegen die Probleme. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also Partner, Partner, ja, wir sind einander sehr nah, sorgen immer, sollten immer die Partnerschaft an erster Stelle sehen. bei sich, bevor sie andere mit ins Boot holen. Und das ist ein Grundsatz, wenn du das mitdenkst und das mitnimmst in deine Partnerschaft, auch in den Kommunikationen unter euch oder über euch nach außen, wirst du merken, dass in deiner Beziehung und in jeder Hinsicht immer besser, besser und besser wird. Jetzt habe ich zum Abschluss dieses Podcasts noch eine gewagte These beziehungsweise mal wieder eine gewagte Frage, weil wir sprechen ja die ganze Zeit über die Verachtung und wie negativ Verachtung ist und was Verachtung mit Menschen macht. Kann es denn auch sein, dass Verachtung auch positive Aspekte hat, zum Beispiel, indem es uns hilft, unser persönliches Wachstum zu fördern? Eine sehr gewagte These und gleichzeitig auch sehr spannend, wenn wir da genau hinschauen. Schau mal, auf der einen Seite ist es so, dass Verachtung, also was macht Verachtung mit uns Menschen? Derjenige, der Verachtung spürt, spürt, dass er kleiner gemacht wird und der Mensch, der verachtend agiert, der wird nicht größer dadurch, dass er verachtet, sondern er grenzt sich vom anderen ab. Das ist die Wirkung. Die Funktion ist, ich grenze mich von dir und von deinem Verhalten, vielleicht auch von deinem Wertesystem ab. Das ist der Grund, die Grundwirkung, Funktion von Verachtung. Wir erwähnen das, was uns nicht gefällt. Wir wachsen dadurch nicht, wenn wir es tun. Aber der andere wird dadurch kleiner. Der wertvolle Punkt für dich ist, wenn du vermerkst, dass da Verachtung im Spiel ist, dann darfst du, jetzt kommt das Positive übrigens, ich sage es nochmal, der positive Aspekt für dich ist, dass du jetzt in der Lage sein darfst, zu erkennen, Mensch, wir sind nicht mehr auf Augenhöhe und du lässt es zu, dass die Augenhöhe verloren geht. Jetzt sagst du ja, wie kann das sein? Wieso lasse ich das denn zu, wenn der andere mich so behandelt? Weil du dem anderen erlaubst, dich so zu behandeln. Und wenn du dem anderen den Raum gibst, dass er verachtend mit dir umgeht und wenn es nur diese Kleinigkeiten, ach Ingo, wieder ist, damit hast du Tür und Tor aufgemacht. Das heißt, das Positive für dich ist, dass du erkennen kannst an diesen Momenten, dass du an dir arbeiten darfst, dass du schauen kannst, was kann ich, was kannst du für dich tun, dass dein Selbstwert, dein Selbststolz wieder gesteigert wird, dass du wieder zurückkommst auf Augenhöhe, dass es dir gelingt, dich von diesen Palten abzugrenzen, deinen Partnerin in die richtige Richtung zu begleiten, damit ihr gemeinsam wachsen könnt. Das könnt ihr nicht, wenn einer das Gefühl hat, er steht über dir. Und das ist das Positive. Der positive Aspekt ist, das gemeinsame Wachsen, das Erkennen, hey, pass auf, ich bin hier gerade in einem Modus unterwegs, für mich persönlich, ich bin nicht mehr auf Augenhöhe. Jetzt bist du dran. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, ja, ich bin dran, was soll ich tun? Ja, was sollst du tun? Klick doch mal in die Shownotes und vereinbare dir ein erstes kostenloses Gespräch mit unserem Team und dann begleiten wir dich, nämlich genau raus aus dieser Situation. Wir bringen dich wieder zurück in die Augenhöhe. Wir bringen dich wieder zurück in die angemessene Kommunikation des gemeinsamen Wachsens für die gemeinsame glückliche Beziehung. Und nochmal, oft sind es diese Kleinigkeiten, die sich irgendwann mal so einschleichen, die sich aber hoch potenzieren. Deswegen jetzt aktiv werden, mach jetzt etwas, bevor es zu spät ist. Klicke jetzt in die Shownotes. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de www.beyondbreakup.de www.beyondbreakup.de